Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von koffiness.de. Heute testen wir mal wieder einen Siebträger und der sieht auch schon so ein bisschen bekannt aus, weil das Vorgängermodell haben wir Mitte 2016 schon mal getestet. Und das hier ist nämlich die DeLonghi EC685 und dann gibt es immer noch so ein paar Kürzel dahinter für die Farben. Darauf gehe ich gleich noch mal kurz ein. Aber was jetzt dieses Nachfolgemodell günstige Espressomaschine für 150 Euro kann, das erkläre ich euch in diesem Video. Bevor ich jetzt mit dem Hauptteil von diesem Video anfange, habe ich noch mal ein paar Empfehlungen für euch. Und zwar haben die Kaffeemacher auch zu genau diesem Modell gerade erst ein Video veröffentlicht, sind mir sozusagen vorweggekommen. Super Video, relativ lang, 28 Minuten. Das kann ich empfehlen. Die machen da super viele Empfehlungen auch noch mal zur Einstellung und die gehen auf vieles auch genauer ein, als ich das im Video mache, weil ich werde das jetzt ein bisschen knackiger machen. Aber ich verlinke euch das Video hier unten nochmal. Das lohnt sich auf jeden Fall da rein zu gucken. Ist ein super Testvideo und eigentlich ist ein bisschen schlechtes Timing, dass ich jetzt erst später dran bin. Was ich euch aber auch verlinken werde, ist mein Testvideo zum Vorgängermodell. Das ist schon mittlerweile über zwei Jahre alt, glaube ich. Da habe ich mit Mauricio zusammen die getestet und hat sich jetzt auch nicht so unglaublich viel verändert. Das Video verlinke ich euch auch nochmal. Das ist so ein 18 Minuten Video. Mal gucken. Ich hoffe, ich kriege das heute hier ein bisschen schneller hin. Was sich verändert hat, ist hauptsächlich hier, dieser Milchaufschäumer ist ein bisschen anders. In der Funktionalität hat sich da jetzt aber auch nicht großartig viel geändert. Wenn ihr Milch aufschäumen wollt, müsst ihr das halt immer auf dieser Cappuccino-Einstellung haben. Und dieser Siebträger kostet im Moment ungefähr 150 Euro. Kommt auch ein bisschen auf die Farben an. Es gibt ihn halt auch in Rot, in Weiß, Edelstahl-Look. Ich habe jetzt diesen hier gekauft, weil ich finde, dass der am besten aussieht von denen. Aber das ist total Geschmackssache. Die Funktionalität unterscheidet sich überhaupt nicht in den Farben. Ihr habt dann nur bei der Produktbezeichnung am Ende so ein Kürzel. Das ist hier in dem Fall halt EC685. Das ist immer da. Und dann unterscheidet sich das in den Farben. Da gibt es halt dann R für Rot, M für Metallic, W für Weiß und so weiter. Das heißt, dieses Kürzel hat dann auch gar nichts mit der Technik zu tun, sondern es ist einfach nur die Farbe von dem Siebträger. Ein Siebträger hat natürlich seinen Namen von dem Siebträger. Den haben wir hier. Und von der Dedica sieht er so ein bisschen komisch aus, weil der ziemlich hoch ist. Und normalerweise sind die so ein bisschen flacher. Und da habe ich euch mal zum Vergleich jetzt von meiner Espressomaschine zu Hause einen mitgebracht. Und der ist natürlich jetzt irgendwie schon ein bisschen anders, fühlt sich auch hochwertiger an, ist schwerer. Man muss aber dazu sagen, dass dieser Siebträger wahrscheinlich schon ungefähr so viel kostet wie hier die ganze Espressomaschine. Also es ist auch ein ziemlich unfairer Vergleich. Aber nur, dass ihr mal wisst, woran ihr seid. Hier drinnen habt ihr dann noch so eine Einlage. Das ist jetzt das doppelte Sieb. Die könnt ihr rausnehmen und solltet ihr auch rausnehmen zum Reinigen. Und hier seht ihr schon, hier gibt es dann nur ein Loch. Das heißt, das ist so ein Siebträger mit so einem doppelten Boden. Und das ist immer so ein bisschen... Einige mögen das ganz gerne, weil dann die Zubereitung so ein bisschen leichter fällt. Für andere Leute ist das halt ein No-Go. Das ist Geschmackssache. Damit kann man halt arbeiten. Man kann den aber auch einfach austauschen. Ich werde euch hier unter das Video nochmal einen Link von Sieben mit nur einem Boden machen. Die passen. Da ist es allerdings so, das sind glaube ich Siebe von Gref waren die. Das Einer Sieb passt einfach so rein. Und beim Zweiersieb ist es ziemlich viel Fummelkram. Da müsst ihr nämlich hier auch noch ein Stück ausbauen. Hier seht ihr so eine kleine Schraube drunter. Und wenn ihr die abschraubt und dann das Plastik rausnehmt, dann passt auch das Zweiersieb rein mit ein bisschen Gewalt. Das ist Geschmackssache, ob man das machen möchte. Wer Lust auf Basteln hat, kann das gerne ausprobieren. Und dann hat man halt so ein richtiges Sieb und nicht eins mit doppeltem Boden. Wir benutzen die Maschine jetzt einfach so, wie sie geliefert wurde. Und generell fragen mich auch ganz viele zum Beispiel, ob es einen bodenlosen Siebträger auch dafür gibt. Also einen, der gar keinen Boden hat, wo man dann komplett sieht, wo man eigentlich dann das Sieb unten sieht, das gesamte Sieb. Ich glaube, das gibt es. Möchte ich jetzt aber nicht empfehlen, habe ich selber noch nicht ausprobiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich eine Espresso-Maschine für 150 Euro kauft, dann sollte man jetzt auch nicht zu viel Geld in Equipment investieren, sondern das Geld lieber dann schon mal für die nächstgrößeren Siebträger bereitlegen. Aber wir haben hier dann noch ein Einer-Sieb dabei. Und für Kaffeepads ein Behälter. Kaffeepads muss man ja nicht unbedingt benutzen. Mein Tipp wie immer ist natürlich, frisch gemahlenen Kaffee zu benutzen. Ich habe jetzt hier keine Mühle daneben gestellt, weil ich gerade keine Mühle habe, die ich zu dem Siebträger empfehlen würde. Einfach nur, weil meine Mühlen, die ich jetzt hier habe, zu teuer sind. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber ich würde euch zum Beispiel eine Gräf CM800 gibt es. Die kostet dann ungefähr genauso viel wie der Siebträger. Und ich weiß, dass es vielen schwer fällt, in eine Mühle genauso viel zu investieren wie in die Kaffeemaschine, in den Siebträger an sich. Aber das ist wirklich eine ganz gute Idee, das zu machen. Hier habt ihr einen abnehmbaren Wassertank. Das ist ganz praktisch. Könnt ihr einfach rausziehen. Und wir bereiten jetzt mal ein bisschen Espresso zu. Es ist so, dass ihr die Bezugsmenge stufenlos einstellen könnt. Das werden wir jetzt auch live einfach einmal machen bei unserem Bezug. Und danach könnte ich hier umschalten, die Schaumfunktion anmachen und dann Milch aufschäumen. Was bei dieser Maschine ganz wichtig ist, es gibt drei verschiedene Temperaturstufen. Und meiner Meinung nach macht es nur Sinn, mit der heißesten zu arbeiten. Das heißt, ihr müsst die Temperatur auf ganz heiß stellen. Es gibt drei verschiedene Stufen. Guckt am besten einfach einmal in die Anleitung, wie das geht. Das ist relativ einfach. Ich habe das jetzt schon gemacht und ich werde jetzt einfach mal das Kaffeepulver mahlen und dann machen wir weiter. Mitgeliefert wurde ein Tampa mit zum Dosierlöffel und ja so ein Kunststoffdingenzier. Das könnte man jetzt auch relativ einfach durchbrechen, das Ding. Ich habe ja gerade gesagt, investiert nicht übertrieben viel Geld in Equipment für so einen Siebträger. Einen ordentlichen Tampa kaufen kann man machen. Der Mitgelieferte hat jetzt 51 Millimeter Durchmesser und ich habe jetzt bei mir zu Hause auch noch einen gefunden, der einen Durchmesser von 51 Millimetern hat. Und das macht dann schon ein bisschen mehr Spaß damit zu arbeiten. Das mache ich jetzt auch mal für das Video. Zack. Und jetzt bereiten wir einfach mal unseren Espresso zu. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass wir jetzt live einmal die Bezugsmenge einstellen wollen und am besten macht ihr das dann zu Hause mit einer Waage, dass ihr auch genau das Verhältnis von Kaffeepulver zu Wasser, das dann durchläuft habt und dass ihr das genauer habt. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie ihr das einstellt. Und zwar müsst ihr dafür dann die Bezugstaste einfach nur länger gedrückt halten. Dann geht er in so einen blinkenden Modus und dann läuft da so lange durch, bis ihr die Bezugstaste nochmal drückt und dann ist die Menge gespeichert. Wir machen das jetzt auch mal ausnahmsweise ohne Waage. Und wenn ihr die ein paar Sekunden gedrückt haltet, dann seht ihr blinkt die jetzt und ich kann dann den Bezug an der Stelle abbrechen, wo mir das reicht. Ich bereite hier einen doppelten Espresso zu. Und wenn ihr jetzt ein zweites Mal die Taste drückt, dann hört der Bezug auf und im Idealfall speichert er sich dann auch die Einstellung, die ihr vorgenommen habt oder er speichert sich die Einstellung, die ihr vorgenommen habt und könnt dann immer genauso diese Menge zubereiten. Das könnt ihr dann immer wieder anpassen, je nachdem, was ihr zubereitet. Und bei mir hat das, wenn ich einmal so ein bisschen den, einmal so einen kleinen Leerdurchlauf mache, wenn ich die Maschine anmache, dann mit der Temperatur ziemlich gut hingehauen bei der heißesten Einstellung. Und jetzt machen wir mal den Milchschaum noch. Dafür muss das Gerät allerdings ein bisschen heißer werden und das dauert eine kleine Zeit, bis das hier aufgeheizt ist. Ihr könnt dann darauf drücken und dann seht ihr, das blinkt noch. Und wenn das nachher fertig ist, dann werdet ihr sehen, dass dann die Espresso-Tasten blinken, weil das heißt dann, die Maschine ist noch zu heiß und ihr könnt kein Espresso damit machen. Das heißt, da muss man mal gucken, in welcher Reihenfolge man das macht. Jetzt habe ich zuerst den Espresso gemacht, mache jetzt den Milchschaum. Das dauert hier einen kleinen Moment, bis das fertig ist. Hier, wie gesagt, auf Cappuccino stellen. Dann müsst ihr hier am besten einmal, ich versuche mal so, dass man das sieht, ein bisschen Wasser ablassen, weil da feuert erstmal ganz schön viel Wasser raus, bis da wirklich nur noch Dampf ist. Das zeige ich euch jetzt mal. Habt ihr gesehen, da kam am Anfang so ein richtiger Schwall Wasser raus und den wollen wir halt nicht in der Milch haben, weil die Milch verwässert und deswegen lassen wir die vorher ab. Und jetzt schäumen wir einfach mal die Milch auf. Und dazu kann ich euch dann hier nur genau das sagen, was die Kaffeemacher in ihrem Video auch gemacht haben. Ihr könnt mit der Maschine Latteartfähigen Milchschaum machen. Die Frage ist eher, ob ihr selber Latteartfähig seid. Das ist bei mir ja so ein bisschen schwierig. Ich kann das ja nicht so gut. Aber theoretisch kriegt man das mit der Maschine mit ein bisschen Übung hin. Natürlich, je besser man, je mehr Erfahrung man mit Milch aufschäumen hat, desto besser klappt das. Die Maschine hat hier ein bisschen weniger Power als ein richtig krasser Siebträger. Aber das funktioniert alles schon ganz gut. Und jetzt habe ich hier auch schon eine Temperatur erreicht, die ich haben will. Und wir werden jetzt einmal hier das gleich ein bisschen abwischen und durchpusten, weil das wichtig ist, dass die heiße Milch da rausgeht. Die setzt sich ja sonst fest. Dann müsst ihr nur auf die Hände aufpassen, weil heißer Wasserdampf ist heiß. So, und dann haben wir jetzt hier unseren Milchschaum. Gucken wir uns das mal an. Ich finde, das sieht auch schon ganz gut aus. Damit kann man arbeiten. Und ihr seht jetzt hier, dass die Espressotasse für den einfachen und doppelten Espresso noch heiß sind. Das ist auch normal, weil jetzt einfach hier sehr viel Druck ist und das Wasser sozusagen richtig kocht da drin. Damit das schneller abkühlt, könnt ihr hier nochmal ein bisschen Dampf ablassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sollte das gleich ein bisschen schneller gehen, wenn ihr hier wieder ein Espresso haben wollt. Von der Reihenfolge ist es auf jeden Fall besser, das andersrum zu machen. Jetzt seht ihr, die Temperatur ist auch wieder runtergegangen. Jetzt könnt ihr das hier wieder benutzen. Da würde ich allerdings mal nachmessen, dass jetzt nicht immer noch zu viel Temperatur drauf ist. Vielleicht noch einmal so einen Leerdurchlauf machen und die Maschine wieder ein bisschen abkühlen lassen. Insgesamt funktioniert das ganz gut. Gut, hier die Warmhalteplatte wird tatsächlich auch ein bisschen warm. Für die Maschinengröße ist das überraschend heiß. Oft klappt das nämlich gar nicht mit dem Warmhalten, bei vielen Vollautomaten zumindest nicht. Die Maschine insgesamt ist jetzt nicht mega schwer. Kann auch mal ein bisschen verrutschen, wenn ihr hier den Siebträger handelt. Das ist halt einfach dann der Preis, den ihr bezahlt dafür, dass ihr nur 150 Euro ausgebt. Aber ansonsten der Siebträger darf auf keinen Fall in die Geschirrspülmaschine übrigens. Das dürft ihr nicht machen. Der ist glaube ich, ich würde mal schätzen, da ist ein Aluminiumkern drin. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich bin bei dem Material immer nicht so ganz bewandert. Auf jeden Fall nicht in die Spülmaschine packen. Bei den Sieben, wie gesagt, die könnt ihr sauber machen, indem ihr das rausnehmt. Die könnt ihr auch austauschen. Den Link dafür packe ich euch nochmal hier runter. Insgesamt ist das ein Siebträger, der mir ganz gut gefällt. Das ist halt einer, der mit Thermoblock arbeitet. Das heißt, er heizt auch sofort auf. Das geht ganz schnell. Da muss man sich eher darüber Gedanken machen, wenn man die Maschine und wie man die Maschine wieder abkühlt, wenn man den Milchschaum bezogen hat. Das ist cool. Damit kann man sich aber ein bisschen beschäftigen. Dann klappt das auch gut. Insgesamt für 150 Euro, finde ich, ist das eine ordentliche Maschine. Mehr kann man für 150 Euro nicht erwarten. Und in der Preisklasse gibt es auch ein paar andere Siebträger, die deutlich schlechter sind. Und davon werde ich euch in Zukunft hier auch noch einen vorstellen im Kanal. Das wird das nächste Video, das wir machen. Man muss allerdings, meiner Meinung nach, sollte man allerdings in eine Kaffeemühle investieren und kein vorgemahlenes Kaffeepulver verwenden. Am besten für die Mühle ähnlich viel. Im Idealfall sogar noch ein bisschen mehr ausgeben als für den Siebträger. Vom Handling her fand ich das jetzt eigentlich alles ziemlich einfach und überschaubar. Hat gut geklappt. Die Unterschiede zum Vorgängermodell sind relativ klein, stellen sich aber auch eigentlich gar nicht mehr, weil das Vorgängermodell ist fast nicht mehr erhältlich. Und die Unterschiede sind jetzt relativ klein. Wenn ihr das mal irgendwo gebraucht oder so bekommt, ein super Schnäppchen ist, dann müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Das könnt ihr ruhig kaufen. Allerdings ist das jetzt einfach das aktuelle Modell. Das ist auch nicht teurer. Da würde ich dann einfach zu dem aktuellen Modell greifen. Und wir testen uns jetzt bei den Siebträgern langsam in den Preisklassen hoch. Wir fangen jetzt unten an, testen erstmal ein paar günstige Geräte und klettern dann in den Preisklassen immer weiter hoch. Immer um 100 Euro Schritte oder so. Ich habe hier schon ordentlich ein paar Siebträger stehen und wollen bis Weihnachten dann auch bei den etwas teureren angekommen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer über Likes. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Und über Kommentare freue ich mich. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen gemacht. Vielleicht habt ihr auch schon mal ein Sieb ausgetauscht oder so. Da lerne ich ja auch immer noch was dazu, weil die Community ist ja auch mal sehr aktiv noch ein bisschen rumzubasteln und schafft da teilweise mehr als ich das kann. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und bis zum nächsten Video.